Du kannst nur noch Chinesisch reden. Zumindest denkst du, das, was du sprichst, ist Chinesisch. Das klingt vielleicht auch so ähnlich, aber ist es natürlich nicht. Aber du denkst, du kannst nur... Also du sprichst auf einmal nur noch in Chinesisch. Das Verrückte ist, für dich ist das die normalste Sprache der Welt. Du verstehst gar nicht, wieso ich dich nicht verstehe. Und das riecht dich tierisch irgendwann auf. Aber du kannst nur noch Chinesisch sprechen. Soll ich aber allerdings das Wort Schlaf zu dir sagen, schläfst du sofort wieder ein. Eins, zwei, drei, haben wir die Augen auf. Moin, geht's dir gut? Ja, sag mal, kannst du noch mal kurz erklären, was du beruflich machst? Ja. Kannst du mal kurz einen Witz erzählen? Den witzigsten Witz einmal direkt in die Kamera fürs Publikum. Die freuen sich immer. Ich habe ihn nicht verstanden. Schlaf tief. Sie ist schon echt eine brillante Kandidatin. Mal gut. Mach librat? Es ist schon ziemlich klar. Wir werden jetzt an flieang, aber ich habe ihn dir. Mm poll. Ich will ein Wort. Das ist gar nicht verstanden. Ja, ich komme mich einfach. Ich bin ein Pferde. Vielen Dank.